Musik 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 Das ist der Chef Was denn? Das ist der, das ist der, das ist der, das gehört zur Anstalt gemacht Musik Musik Das ist das ein Geschäft Das ist das ein Geschäft Der macht da bei der AFC Rallye mit Da hab ich was filmt Der ist ganz nett Bei der AFC All-Time Rallye Letztes Jahr hat er mich gemacht Wenn er nichts sagt Dann ist es egal Erste Auto ist ja da Das muss ich einmal treffen Gibt es an, dass sie nur Arbeiter Na, Kandri Äh Ich hab schon den Kram Schöne Autos hier Ich hab jetzt zwei Schritte beendet Dann werden wir jetzt noch bessere Qualität machen wollen Jetzt kommen die ganzen Autos rein Haben Sie eine Rundfahrt gemacht oder was? Ja Die Rundfahrt ist ja vorne rum Cool Dann werden wir doch noch eine zweite Runde gehen Cool Das ist ein T2A Super Du hast im letzten Video irgendwas gesagt Da hab ich verwechselt Ja Tschüss Auto Danke Was mach ich hier? Mannen Mannes Ah das raus ist Tschüss Tschüss Wir haben den Mock So cool. Oh, da fällt auch schon der Wecker. Wecker? Weiter? Ich stelle mir noch mal irgendwo laufen. Schönes Auto. Hallo. Schöner Koffer. Ist es ihr echte? Replica, oder? Hallo, hallo. Replica gibt es nicht. Ist es so teuer? Ich habe keine Ahnung mit den Autos. Hallo. Keine Ahnung mit den Autos. Keine Ahnung mit den Autos. Hallo. Schaut das so gut aus. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. 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 Schöner Ford GD. Opel GD meine ich. Schöner Opel GD. Cool. Das sieht man so weit öfters jetzt. Bitte? Ein Opel GD sieht man öfters. Mittlerweile sieht man es ja wieder ein wenig. Ja, da vorne war schon ein paar. Der orange hab ich ja gesehen. Der letzte Autos haben wir treffen. Frommersbach waren mehrere von Opel GDs da gestanden. Okay. Ja, da war ich gar nicht. Okay. Also das nächste Autos haben wir treffen. Dieses Jahr nichts mehr, oder? Naja, also wir sind ja aus Neubrunn. Das ist ja weg. Aber bei uns in der Nähe ist es jetzt nicht, dass ich bin. Nix mehr, gell? Neubrunn ist ja nicht weit weg. Da ist euer Schwimmbad. Ja. Bleichwiesen. Da gehe ich auch gerne hin. Echt? Ja. In die Bleichwiese. Bleich, wie heißt das Schwimmbad da? Bleicher Freibad. Bleicher Freibad. Genau. Da geht's guter Essen. Guter Hamburger. Guter Cheeseburger. Für wenig Geld. Und klares Wasser. Ja. Und nette Leute dort. Alles klar. Servus. 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 Da, das ist ein Simson. Bin doch gefragt. Eine Simson. Der Schwalbe. Der Schwalbe. Der Schwalbe. Der Schwalbe. Das ist meine Kümpel. Nachkam. Das ist ein schöner Alter. Merzwey. Das ist ein schöner Alter. Das ist neu. auf meiner zug zum auto da war schwarz ein schöner opfel der fahrer gut das war ein schöner umgebracht was hier war schwarz was auf der Kalle und der Pulli der Pulli ist ein er ist ein Tritt nachdem wie er die Macher ist Was hab ich versprochen? Bulli, komm ich Bulli Schaut mal raus, was da eben nicht Ja, was? Nee Das ist keiner So, wie darfst du dir raus? Raus, raus Halt raus Cool, oder? Schönes Ultramadrapfen Perfekt